Jederzeit Zugriff auf Ihre MicroSD und SDHC-Karten bis 32 GB haben Sie mit diesem winzigen Cardreader. Zusammengeklappt ist der kleine Cardreader gerade mal so groß wie eine 2-Euro-Münze. Im offenen Zustand offenbart sich ein ganz normaler USB-Stecker. Die Mikrospeicherkarte stecken Sie einfach in den USB-Cardreader ein. Richtig herum angelegt gleitet Sie ganz einfach in den Stecker. Schließen Sie den Cardreader mit eingesteckter Karte einfach an einem freien USB-Pod Ihres Computers an. Die Speicherkarte wird ganz normal als Wechseldatenträger erkannt. Sie können ganz normal darauf zugreifen. Mit der mitgelieferten Schlaufe können Sie den Cardreader ganz einfach an Ihrem Schlüsselbund befestigen. Auch im Münzfach Ihres Geldbeutels hat er problemlos Platz. In jedem Falle ist Ihre empfindliche Speicherkarte darin bestens geschützt und jederzeit bereit für schnelle Zugriffe ganz ohne lästige Kabel. So viele Vorteile in so kompakten Maßen zu so kleinem Preis. Da kann man wirklich nicht meckern. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020